Hier der 1. FC Kaiserslautern. Eine kleine Überraschung, dass Hannes Riedel auf der Bank ist. Bongartz, Hofeditz, klare Entscheidung, Foul. Bongartz, Bernd Nickel. Welten Platz. Hannes Bongartz ist das. Du Sehle. Melzer. Ja, Lorant. Auch von ihm, dem Spielmacher, der Kaiserslautern, gehen bisher keine belebenden. Bongartz. Riegel ist ein harter Mann, ist ein harter Nehmer, das wissen wir. Schabum. Hannes Bongartz. Bongartz. Hofeditz. Benni Vent. Wieder Bongartz. Dusek. Mit Hofeditz, der jetzt den Anstoß macht. Und Hannes Bongartz. Abseits ohne Petzai Bonga Wieder Bonga Nickel Bonga Und Eckstoß Johannes Bonga ist oft am Ball Die nicht auf der Bankplatz nehmen Gaia Bonga Melsa Bonga Gaia Bonga Gaia Und wenn Petzai vorne ist Dann ist auch Riegel bei Petzai Bonga In Abseits Noch noch Melsa Bonga Gaia Bonga Bonga Wieder Bonga Kofenitz Bonga Bonga Nachtweig Nachtweig Melsa Bonga Bonga Benivend Und Gaia In der letzten Minute Kofenitz B Vielen Dank.